es war jetzt mal ein neues video ich spiele oh mein gott oh mein gott geh weg geh weg willst du mit mir ich bin tot ok hallo leute das ist heute zwei white lifting simulator white lifting simulator ich mache gerade nur auf diesen kanal videos auf den anderen kanal wieso ich da gerade keine videos mache mein handy wurde ausgehend also von meiner mutter von meiner mutter das handy ist kaputt gegangen ich habe mich dann gefragt ob sie meins haben kann jetzt oder gute qualität auf meinem handy das ist gerade das s4 mini ich hätte es j13 aber auch mal ich werde noch gerade keine videos machen ich werde aber später wieder videos machen also die auch mein kanal kennen die auch mein gott schnell ist der hat der robux ausgegeben oder was wieso ist das schnell boah oh mein gott gerade da hinten mit dieser blauen mit der schwarz blauen hose ne da geht nicht weil man hat gerade die füße so nach vorne gehen sehen die hätte gedacht sie wär oh mein gott was ist das ich bin gerade noch im stick ich will es schaffen ungefähr 500 zu kriegen damit beende ich das video und ich kann vielleicht auch noch einen zweiten teil davon machen ja ich möchte auf jeden fall noch einen zweiten teil davon machen ja ich möchte der hier der jade bro neun 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 k und ich sehe ich schon nicht mehr so wie ein Sticker aus wurscht bin ähm ich sehe schon ein bisschen besser aus wenn ich kämpfe einer der zum Beispiel äh ich warte ich warte also ich hab nicht so viel Robots ich hab mein ich hab nicht so viel Robots ich hab mal meinen anderen Account glaube ich 500 White oder so also darüber ganz von neu anfangen ich werde noch Obbys spielen ich werde noch viele Obbys spielen oh mein Gott ich bin erster Platz oh mein Gott oh mein Gott ich bin erster Platz oh mein Gott ich bin erster Platz oh mein Gott oh mein Gott hä wo ist der ah da ist rausgegangen mal mal oh Gott da oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Ey das hat genau gleich die Schrift wie ich denn da hinten der riesen Dings Jurassic Park T-Shirt hier sieht man oder Billingssachen ich hab umsonst Sachen also aber Dings bei äh Möbel, das Spiel weg. Beim Prackman da habe ich einen Schraub. Und jetzt habe ich dann so ein cooles Gesicht mit so coolen Klamotten zusammen. Aber ich hatte nicht so viel Robux, um diese zu kaufen. Da, wo man zum Beispiel besser rennen kann oder besser sprinten. Man kann dann nicht sprinten oder besser klettern, besser runterspringen. Und so weiter. Also Wo hat der die Haare? Die Haare sind voll die Billighaare. Kosten 3 Robux. Bei meinem Prackman 101 habe ich nur noch 3 Robux. Nur noch 3 Robux. Ja, denkst du? Oh mein Gott, ich war erster Platz bei diesem Ball. Was ist das denn für ein kleines Kopf? Und der Oh mein Gott. Ich bin noch ganz mal im Kopf. Und der. Ey, das ist unheimlich. Mal. Die Bombo. Ich glaube, ich werde noch mal erster. Bitte. Please. Ich war noch nie. Aber ich bin jetzt erster geworden. Okay. Mal. Ich sehe also. Also, es heißt mich Schusel. Keine Ahnung, wie man Schusel. Man hat gewählt. Ich glaube, man wird gewählt. Ich bin schon Smallfly. Seht ihr das? Man sieht das. Ja, Smallfly. Seht ihr das? Ich glaube, jetzt bin ich. Ah, ich. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe schon die roten Blüschhaar und kommt. Nein. Nein, ich kann nicht. Ich bin schon mal bewegen. Scheiße. Ey, wie. Ich habe die geworfen. Ey, der hat genau gleich Kleidung wie ich. Hey, 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 hey. Bright. Jetzt. Das hängt gerade aus. Sorry. Es geht weiter. Hey, wo? Wo ist das? Ich bin ja auch Smallfly. ist jedoch bei den alten roblox videos da ist so komisch aus wie der dahinten mit so ich hatte so klamotten die man als allererstes hatte oh mein gott ja er kann ich da nichts mein ziel ist bis 5 vielleicht doch im zweiten teil da wo ich bis taus machen werde man meinen allerdings prägt also worden sieht man schon da irgendwie am hals steht aber halt da wo der kopf seit immer gott ich sehe ganz normal jetzt aus trotzdem ist mautfall okay dann würde ich schoßen dann spitz mal fleiß tsch 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 wie riesig alle es war frei man darf nicht so allerdings einschlagen nein jeweil oha, es kann auch aja, die müssen wir jetzt anderes machen schlapp die Stütze oha schlapp die Stütze die Stütze omein gauaal oMein gauaal oh Gott was ist das denn im Nepal da hat gerade 0 drauf oha der ist gar nicht ich bin ja gull aber der Schutzblase war so so komisch dass bei diesem spiel ich konnte teile ja so das ist gestorben in der kann ich nicht schreit ein hat er hat sie gerade ich habe keine ahnung woher das ist oh mein gott gedacht ist klamotten ein mädchen mit jungs klamotten beste muss sein trainings sind und hat irgendwie sich jetzt hier besser aus erst wenn ich stärker bin also dinge sind sich dass ich da hingehe oder ich gar nix okay ich habe fast 500 ich bin auch kein stock mehr kein stick mehr ich bin jetzt ein smallfly ich wünsche es und jetzt anderes ich habe schon fast nichts okay ich habe jetzt oh cool ich habe schon etwas cool liege ich dazu bekomme ich da mehr dafür äh ne eher nicht aber trotzdem ja 500 stretch ja ich kann glaube ich auch so durch die riesen ich habe es noch überlebt oh mein gott das ist jetzt mit meinem video ich bin mit dem zug da schaut auch bei meinem auf YouTube und Bye Bye